Manchmal gibt es eine richtige Uhrenschwemme, eine Welle, einen Masseneinkauf und das war im Jahr 2022 bei mir so, als ich Mark & Sons kennengelernt hatte. Ich habe einige Reviews über Mark & Sons gemacht und war von der Qualität der Uhren so begeistert, hat mich so dermaßen überrascht, was dort an Preis-Leistung geliefert wird, dass ich mir im August und September 2022 drei Mark & Sons Uhren in meine Sammlung integrieren konnte. Zwei sehr ähnliche, einmal hier den Sport Professional Keramik Schwarz-Gelb und die gleiche Uhr, die Sport Professional Keramik Blau mit dem weißen Reo. Ich habe die Stahlbänder, die zu den Uhren sehr gut passen und auch wirklich angenehm sitzen, abgemacht, weil ich der Meinung war, dass die von mir montierten Hirsch Performance Bänder deutlich besser passen und mir hier wirklich die für mich ideale Farb- und Tragekombination einer Taucheruhr erzeugt haben. Beide Uhren sind größentechnisch an meiner individuellen Grenze mit 42,5 mm im Durchmesser, 50 mm Lack-to-Lack. Das ist ein ziemliches Brett, aber durch die wunderschönen geschwungenen Hörner passen sie wunderbar und dadurch, dass ich auch die Hirsch Performance Bänder bearbeitet habe, sodass sie die Form halten, sitzen sie sehr angenehm am Arm ohne die Abdrücke in der Haut zu hinterlassen. Bearbeitet habe ich die Hirsch Performance Bänder, die Kautschuk Bänder, indem ich sie zusammengerollt habe, in heißes Wasser 60 bis 70 Grad gelagert habe, dort eine Viertelstunde drin gelassen habe, rausgeholt, abkühlen lassen und erst dann die Verschnürung aufgemacht. Nach dem Abkühlen behalten dann auch Kautschuk Bänder ihre Form und lassen sich für mich wesentlich besser tragen als Kautschuk Bänder, die immer wieder in die gerade Lage zurückspringen. Zwei Uhren, die ich absolut liebe. Die gelb-schwarze wird garantiert bleiben. Bei der blauen mit der schwarzen Lunetteneinlage und dem weißen Reo bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Wenn hier ein entsprechendes Angebot käme, würde ich mich vielleicht von dieser Uhr trennen. Nicht, weil sie schlecht ist, Blödsinn, dann würde ich ja die gelbe nicht behalten, sondern weil es einfach vielleicht eine Uhr zu viel ist und mir die gelb-schwarze am Ende doch noch einen Tick besser gefällt als die blaue. Also wenn ihr Interesse an der Uhr habt, schreibt es mir in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail. Ich blende euch die E-Mail ein. Wenn das Angebot passt, würde ich mich tatsächlich vielleicht von dieser Uhr trennen. Die dritte Mark & Sons, die bei mir eingezogen ist, im September 2022, ist die sogenannte Elegance Ice Blue. Auch eine Uhr, die für meine Sammlung zu dem Zeitpunkt komplett untypisch war. Und genau deshalb wollte ich sie haben, etwas farbiges, dieser Eiseffekt auf dem Ziffernblatt. Gute Ablesbarkeit, absolut fairer Preis, schön zu tragen, mit 39,5 Millimetern, auch genau in dem Bereich meiner Wohlfühlzone. 45,5 Lug-to-Lug, 300 Meter wasserdicht, wirklich alles das, was ich von einer guten Alltagsuhr erwarte. Und zudem ein absoluter Hingucker durch die Farbgestaltung. Diese Art von Uhren hat es mir so angetan, dass im Laufe der folgenden Monate noch weitere Uhren dazugekommen sind, sodass ich jetzt ein Quartett habe mit farbigen Uhren, die in etwa diesen Stil widerspiegeln. Ich habe die dunkelgelbe Zuyosa, ich habe eine wunderbar blau leuchtende Citizen und noch eine schwarze Uhr, die aber vom Stil her genau zu den Uhren passt. Habe hier mit dieser Uhr beginnend ein herrliches Quartett aufgebaut. Insofern bleibt diese Uhr, auch wenn ich, bevor ich das Quartett aufgebaut habe, kurzfristig überlegt habe, ob ich sie nicht doch verkaufe. Aber dann ist aus dieser Uhr als Kern, als Nukleus, eine kleine Mini-Sammlung in der Sammlung geworden. Und deshalb wird sie definitiv bleiben und mir auch weiterhin sehr viel Freude machen. Am Ende verlinke ich euch eine Playlist mit meinen Mark & Sons Reviews. Und da könnt ihr dann sowohl die Reviews zu diesen drei einzelnen Uhren sehen, als auch alles andere, was ich über Mark & Sons bisher gemacht habe.